Ich bin Katrin Kröger, bin bei der RTI Realtrans International beschäftigt und verantworte bei der RTI im Bereich Operations. Die RTI als slowakisches Eisenbahnverkehrsunternehmen transportiert primär Güter aus dem Mineralölbereich, Chemiebereich und ein wenig Getreide und Automotive. Gerade was die Rekrutierung von Triebfahrzeugführern angeht, merken wir, dass die Triebfahrzeugführer am Markt sehr rar gesät sind. Dadurch steht die Schiene im Gegensatz zur Straße schlechter dar. Gerade durch Verspätungen, die entstehen, muss ständig umdisponiert werden, muss ständig umgeplant werden und bei der knappen Ressource Personal gestaltet sich das als sehr schwierig. Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema auf der Schiene. Das geht für Lokführerinnen und Lokführer genauso wie für Wagenmeisterinnen und Wagenmeister. Und da hat jedes Unternehmen nur eine begrenzte Anzahl an Personal, die möglichst effizient einzusetzen und auch so einzusetzen, dass sie gerne in dem Unternehmen arbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Und da helfen wir. Die Lokführer haben in unserem Geschäft viele Wartezeiten, was die Produktivität der Personale enorm herabsetzt. Über das Projekt WilsonShare werden Triebfahrzeugführer Unternehmens übergreifend eingesetzt werden können, wovon wir uns eine Effizienzsteigerung versprechen. Auf der einen Seite können die Unternehmen, die WilsonShare einsetzen, ihre Leistungen, also zum Beispiel Zugfahrten, aber auch Wagenuntersuchungen und Rangieraufträge in WilsonShare mit anderen Unternehmen teilen. Das können Eisenbahnverkehrsunternehmen sein, das können aber auch Personaldienstleister sein, die die gefragten Ressourcen im Bestand haben. Die Plattform von WilsonShare ermöglicht es uns, effizient und schnell Personal zu suchen und auch auswählen zu können. Spannend ist natürlich auch, wie die Eisenbahnverkehrsunternehmen untereinander zusammenarbeiten können. Das passiert ohne WilsonShare noch nicht in dem Maße, aber jetzt, wo wir die ersten Schritte in WilsonShare gegangen sind, sehen wir, dass das Potenzial auch zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen deutlich größer ist als gedacht. Wir versprechen uns davon, dass Prozesse, Abläufe, Überlassung von Betriebspersonalen mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen verallgemeinert werden können und standardisiert werden können. Unsere Motivation besteht darin, mit anderen Unternehmen der Branche besser zu kooperieren, getreu dem Motto gemeinsam sind wir stark. Untertitelung des ZDF, 2020